Die Risiken und Nebenwirkungen bei Impfungen sind unkalkulierbar. Wieso sollte ich mich da mit einem Stoff impfen lassen, der viel zu schnell entwickelt wurde? Impfstoffe zu entwickeln und herzustellen, ist komplex und aufwendig. Die Forschung rund um die mRNA-Technologie war aber bereits vor der Pandemie in vollem Gange. Sie hatte vor über einem Jahrzehnt begonnen. So konnte das bestehende Wissen genutzt werden, das eine schnelle Weiterentwicklung des Impfstoffs ermöglichte. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Ärzte, Ärztinnen, Ethikkommissionen und Hersteller und Zulassungsbehörden arbeiteten eng zusammen, um effizienter und schneller voranzukommen. Man konnte so Prozesse parallel und nicht wie üblich nacheinander laufen lassen und administrative Vorgänge schneller abwickeln, ohne Einwussen bei der Qualität und Sicherheit. Insgesamt konnte so der gesamte Prozess stark verkürzt werden. Trotz aller Beschleunigung bei der Entwicklung des Impfstoffes waren und sind die Anforderungen an Qualität, Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit hoch und genau die gleichen wie für jeden anderen in der Schweiz zugelassenen Impfstoff. Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic ist die Zulassungs- und Kontrollbehörde für Heilmittel in der Schweiz. Sie prüft alle Zulassungsgesuche und kontrolliert Ergebnisse der Studien als unabhängige Behörde. Alle in der Schweiz zugelassenen und empfohlenen Covid-Impfstoffe haben ein starkes Sicherheitsprofil und eine hohe Wirksamkeit und werden während ihrer Verwendung weiterhin streng überwacht. So sind auch öffentlich auf der Swissmedic Homepage alle Verdachtsmeldungen unerwünschter Wirkungen der Covid-Impfungen in der Schweiz ersichtlich. So erkennt man auch, dass die Nebenwirkungen der Impfung im Vergleich zu den Komplikationen der Covid-Erkrankung bedeutend kleiner und milder sind. Impfungen sind der wirksamste und präventivste Schutz gegen Infektionskrankheiten, die schwere Folgen haben können mit einem minimalen Risiko an Nebenwirkungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 für die Pandemie in der Schweiz